... Hast du es gelinkt mit irgendwas? Was hast du getan, Alter? Den hast du schon. Man kann einem den Orden nicht zweimal verleihen. Sorry, Unique Item. Ja. Echt? Ich hab mir doch beim Diablo 3 Tree aus das gemacht. Diablo 3 hat auch so einen großen Tree. Ja, okay. Ich dachte, er hat das im Shakespeare Tree geskillt. Ah, okay. Na, eigentlich im WoW Tree. Aber im WoW Tree kann man nur alle 15 Level einen Skillpunkt vergeben. Ja, der Porn ist halt so dämlich, der kann das auch. Weil der linkt doch seine Rough Order mit irgendwas Sinnlosen. Gibt es eigentlich irgendwas Sinnvolles, mit dem man Rough linken könnte? Ich glaub nicht. Es lohnt sich auf keiner Aura was zu linken, außer... Curs and Hit. ...auf hinter einem Herald in Curs and Hit, ja. Naja, sag das nicht. Ich glaub zum einen... Und halt ein Blood Magic bei manchen Auren, aber ansonsten gibt's nichts Sinnvolles. Vielleicht Increased Burning Damage bei Herald of Ash? Na. Ist es nicht wert. Weil der Overkill Damage den Herald of Ash applied... ...und meistens stirbt eh die gesamte Gruppe... ...und vielleicht brennt einer runter mit 1% HP über. Also, Warfick. Oder? Warfick. So, was braucht der Mikro nochmal für einen? Äh, Blind bitte. So hoch gibt's im Akt 1. So hoch wie möglich. So hoch wie möglich. Mercyless Akt 1, schau's bitte. So, dann brauche ich ein Castle in Damage Taken, was ich zweimal scoren muss. Oder, chill mal nochmal, kommt davon wie hoch ein Porn so ein Blind ist. Markus, hast du mir das Blind schon kauft? Äh, das Porn, Leute. Kannst du mir jetzt das kaufen? Ja, Blind 14. Ja, passt. BILDEN Slash. Blind so hoch wie möglich. Im P mit sich selber shoppen können. HANBALL LIGHTNING! Balls of Steel! BALLs of Steel! Finkie? Fertig? Gleich. Sind die alle leer? Ist das auch leer? In Akt 3, theoretisch... Wahrscheinlich bin ich nicht... Nein, eine ist noch drinnen. Da! Was ist denn immer so wenig int? Ist denn nur normal? Okay was Klaus? See you. Oh nooo! Was ist denn immer so wenig int? So funny! Was ist denn immer so wenig INT, Alter? Ohja, wenig INT haben. Aber das kann der Miko mit Bravour. Das sind Stats auf Briefige suffixes. Ich hab doch schon ne 30er INT-Not am Start. Mahlzeit? Die zweite ist 10km weit weg, maaaan. Maaaan. Sei halt schlecht, Miko. Hättest halt ne bessere Halskette geshoppt. Ich hab noch gar keine Halskette geshoppt. Ja, wie wärs dann mal mit Halskette shoppen? Ja. So, um mal das Ballett, Leuland zu finden. Okay, oee, Ballett. 65. Oh, ich hab 63. Okay, ich muss mich auch bei nem Level 1 so... Ich muss mich auch bei nem Level 1 so ne neue Halskette shoppen. Okay, dann shoppe ich mir halt ne Halskette mit INT drauf. Ist ja, ist ja wurscht. Ich brauch eh keine Currency. Ist egal. INT-Decks wäre vorteilhaft, Miko. Ja, eh. Und Stärke am besten auch noch. Stärke soll das genug Skinnen, du Trottl. Die meisten Laufwerge sind Stärke der behinderter Manga. So, ein bisschen Feierresis muss draus sein. Was? 12 Feierresis muss auf dem Amulett draus sein. Amulett. Was ist die INT-Decks-Momo für ein paar Beine? Äh, äh... Turquoise. Feuze-Mongo. Fin-Deutsch ist noch ein paar Beine. Was ich jetzt noch? Was ich jetzt noch? Stopp! Gefällt mir. Ich bin so. Te fUge... Dirig ist doch her? Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Verrschens, der mich nicht mehr aus dem Zähne ist. Danke. Bitte. Aber easy. Kein Problem. Ah, ja. Als Links würde ich dir empfehlen, ich schreib's dir. Also ich schreib's in Party. Tornado. Shot. GMP. Botch. Füß. Füß. Yes. Das sind die fünf Links, die mal wichtig sind. Der sechste Link ist... Oh, da schauen wir mal, was bei Ziggy nochmal dabei war. Ziggy... ...die... ... 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 Wenn, dann soll das schauen, dass er gleich gsocketet ist. Weil sonst macht den ganzen Spaß von vorne wieder. Ja, aber du spielst halt... Zwei Alterations ist eine Julo Orb in Akt 4. Kannst das eintauschen. Überhaupt nicht, boah schade, hör aus. Ich sag nur, theoretisch. Ja, wieder fünf Socket. Ich lass da wieder fünf Socket. Also den Pierce kannst du entweder... entweder Faster Attacks oder Pierce, je nachdem was dir lieber ist. Aber der Pierce ist halt ein Damage Bonus mit einem Drill Neck. Dass du dumpst, kannst du aus der Content! We dictieren mal das S鼻, die SAY mir mal vorsaros. Was ist einer für einen которого志ْlges auf? Was ist einer schwierigen phi teu Duo. Was du-Fu-Fu-Fu-Fu, ist eineтов hadiработather Folge odergombirth原iesta? Hast du dich, Te如何? Daher Carlo! Was dich.. das mal die beiden Fusings 4 Toolers ist gleich ein Fusing oder 2 Fusings ist gleich ein Chaos Aber ein 4 Link reicht dir auch mal, sag ich mal, wenn du 4 Link schaffst. Ja, ich wusste ja. Äh, gibts in Guildstash, dann link, v-link ich dir das. Oder wer weiß, vielleicht wird's ja ein Accidential 5 Link. Okay, ist ein Schierer 4 Link, aber damit muss man leben. Ich brauch nur einen Ruppen dabei jetzt. Äh, wieso? Passt, fertig. Du brauchst einen Ruppen. Du brauchst einen Ruppen. Ja, ich hätte aber, ich hätte sogar vielleicht genommen mit dem Drill-Nag, Tornado-Shot-GMP-Proch für Spears. Ja, ja okay. Ich habe mich, wenn du eine Augmentation schnarrn. Eine? Mhm. Das besitze ich. Liegt im Guildstash. Nice. Sehen Sie also, komm auf blaue Sachen, was drauf craften? 2612,19 jetzt. Ja, nice. Gieß Mario, brauch ich, ich brauch doch 8 Augmentations. Was heißt, noch 7 oder noch 8? Noch 7. Ich habe gerade eine Transplantation auf eine Dex-Inhalts-Kette gekauft. Habe 80 Max Live bekommen und er crafte ich mir jetzt Feuerräsi drauf. Ja, bitte. Danke. Okay. Ja. So, Floki. Bye. Das war ich Feuerräsi, oder? Weißt du, woher Pierce hast du gesagt wurde? Ja. Passt. Jedes, jedes Teil, hm? Oder schau halt mal mit Pierce und Edit Fire, was halt dir mehr Schaden bringt mit dem Drill Neckern. Okay, das heißt, ich muss ihn. Äh, Pierce gibt's für dich, Act 3, Fixture of Fate. Für 1 Chance. Der zerreißen sollst dich. Ja, also von 2,4 auf 5,4. Ohne Herold of Ash oder sonst was dabei. Ja. Jetzt will ich einmal rausgehen und full buff schauen. Ah ja, und ich hab, äh, für dich auch noch was. Ich weiß ja nicht, ob du schon mit Franzi-Game spielst oder noch nicht. Ich hätte noch einen Franzi herumliegen. Der, wo wird er reinkommen? Äh, den, der kommt, also du hast zwei Six Link Setups theoretisch. Der eine ist ein Franzi Setup, das kommt in die Brust und das andere kommt im Bogen. Was du im Bogen haben willst, ist Geschmackssache. Oder was du in der Brust haben willst. Ja, von 2,1 auf 7,4. Franzi liegt im Guild Stash. Danke. Also ich würd sagen, vorerst einmal den Tornado Shot in der Brust, weil ich hab mir vorher für 7 Chaos eine... Ja, aber... Ja, aber schau mal. Sowas, sowas kriegst du um 7 Chaos. Investierst in einen Chaos mehr, hast auch ne vernünftige, ne zweite Resi drauf, weniger Armour. Okay. Und bevor er den scheiß Bogen linkt... Der Bogen ist aber von den... Ist DPS her, den werd ich langtragen. Im Bogen. Ja, aber du musst ihn trotzdem erstmal... Die Brust willst du auch langtragen. Ich würd die Currency nicht reinpfeffern in den Bogen. Stell dir vor, du... Der Charry muss jetzt mal das ganze Gear shoppen. Danach kann man sich noch überlegen. Weil ich denk mal deine, die sind jetzt ziemlich Scheiße. Warte auf... Ich glaub... Nein, nicht ganz. Lightning hab ich nirgendwo... Ja, aber in den... In Cruel müsst's bei passen für das Ding jetzt. Also... 67, 46 und 75. Wobei... Bei Lightning Resi 94 sind's. Ja, dann kommt's ja mal Cruel hier an und mach mal die Scheiße. Verstehen, Cruel. Ja, dann kommt's rein da. Ja, du musst Party impfen, du bist ja eigentlich nicht mehr bei uns in der Party. Ja, dann kommt's... Dann impf's mich oder kommt's bei mir rein? Ja, ich impf dich. Weißt... Geh nehm ich glaub der etwa drum, der vor dem Kollegen... Also vor dem... Also vor dem... Das ist Cruel Act 3 hinein. Ja. Ja. So, Concentration now begin's. Genau. Ja, da hab ich 75, 75, 75, das ist das Problem. Da bin sogar ich. Passt Resi capped. Passt. Weit zu wenig Feuer. Oh, du hast ne Hatred laufen? Bäm! Mit Hatred mach ich 13k-Tips. So seid ihr schon drin? Ja, wir warten schon vor dem Eingang des Labyrinthes. Warte mal... So viel TPS würd ich nachher machen. Verzeih, ich hab auch gequert in den Reihen. Ich bin edit. Feiert. Äg. Stärke. Warte mal. Oh, ist das ein Hatred? Ist das ein Hatred? Hier ist der Schwan. Wer ist jetzt die riesig capped von euch? Ich. Nass. Ich bin zu uns aber, wie sie riesig capped gewesen. Ja, ich auch. Und ich hab plus 50 Chaos Resi. Was? Ja mein ganzes Gear hat halt eine Low Resi und halt so 20 Chaos Resi oder so. Loll. Bleib halt in dem Durchgang stehen. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Ich bin zu ihm, meiner. Ich bin zu ihm, meiner. Und? Machst jetzt Schaden, Shari. Ja, jetzt muss ich ja noch den Crit-Fair draufbringen. Ja, Crit-Skin. Und? Und? Als nächstes? Da hast du schon einen Drill-Nack hast. Und? Ich bin zu einemazo, da habe ich Shakespeare. Klebie schmeckt. � Kmetro, das ist TSkal es peppl. Ja, dann würde ich nach tourism. Aus Steinarn be Surprise oder das counts days beginn. Und die